Willkommen zum Red Bull Airways in Interlaken. Hier sind Katharina und Monty und wir berichten hier live von der Rennstrecke. Katharina, wo sind wir denn hier gerade? Wir sind hier gerade auf dem Media Truck, von dem wir einen perfekten Blick auf die Rennstrecke haben. Also hinter uns ist gerade die Rennstrecke und was passiert denn hier? Hier geben sich zwölf Piloten ein heißes Rennen auf Zahl. Die Rennstrecke und die Rennstrecke und die Rennstrecke und die Rennstrecke. Die Rennstrecke und die Rennstrecke und die Rennstrecke und die Rennstrecke. Die Rennstrecke und die Rennstrecke und die Rennstrecke und die Rennstrecke. 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 Die Rennstrecke und die Rennstrecke und die Rennstrecke und die Rennstrecke. Die Rennstrecke und die Rennstrecke und die Rennstrecke. Untertitelung des ZDF, 2020